Dieser Spot lief schon vor vier Jahren hervorragend. Einfache Köder, einfaches Setup, richtig gut Silber. Also wo bin ich hier? Natürlich am Wolchow auf 71. 100 klassischer Spot fürs Brassenangeln und das war vor vielen Jahren schon so. Ich weiß noch wie wir hier standen, auch mit den drei Routen und es ging nur zack auf der Eins kurbeln, zack auf der Drei kurbeln, wieder auswerfen, zack die Zwei kurbeln, non stop. Aber da gab es auch noch ein anderes Bissverhalten der Fische. Das heißt damals war das Anbeißen der Fische nicht so wie jetzt, dieses Rumgezuppel, sondern damals war tatsächlich Zuppel und Biss. Der Fisch war dran und dadurch hatte man natürlich eine nochmal deutlich höhere Frequenz. So wie das jetzt ist, ist es allerdings doch schon ein bisschen spannender. Der Fisch zuppelt erstmal ein bisschen rum, deutlich realistischer und hakt natürlich auch nicht immer. Na, gucke mal an. Erstes Rotauge kann man natürlich auch machen. Ich habe den ganzen Tag über jetzt, beziehungsweise ich stehe jetzt hier seit dem letzten Morgen, habe da schon ein paar Brassen gefangen, auch ein paar vernünftige und stand jetzt hier den ganzen Tag über und habe verschiedene Köder getestet. Zum Teil eben auch Würmer, verschiedene Teige. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier vielleicht sogar tagsüber sich hinstellen kann mit zwölfer Haken. Das habe ich jetzt allerdings nicht gemacht. Oh, der ist ausgeschlitzt, da ist der Köder ab. Ja. Zwölfer Haken und dann vielleicht tatsächlich hier auf Köcherfliegenlarve, auf Made. Vielleicht gehen da sogar noch ein paar Zettfische rein. und dass man dann abends sich wieder umrüstet und dann gezielter noch ein bisschen mehr eben auf die Brassen reingeht. Was ich jetzt natürlich den ganzen Tag über hatte, waren sehr viele Jungbrassen, also diese kleinen, unmaßigen hier. Wobei das auch gar nicht so schlecht ist. Ich brauche wieder einiges an Fischfetzen. Die werde ich alle schön verarbeiten. So und so und es zuppelt langsam weiter. Wir können ja mal kurz in den Kescher reinschauen. So sieht es gerade aus. Man sieht hier noch eindeutig, das waren so die Morgenstunden, wobei da war es auch schon so ungefähr 8 Uhr, 9 Uhr herum. Es sind immer noch ein paar große reingerasselt. Da bin ich jetzt gespannt, wann die dann wieder anfangen oder vermehrt reinkommen. Das sollte dann ja jetzt gleich in den Abendstunden passieren. Dann hier, wie gesagt, gerade so den Tag über. Schön alles so im Minutentakt sozusagen, einer nach dem anderen. Und jetzt so langsam geht es halt wieder los mit den etwas größeren Brassen. Ich habe auch übrigens ab hier jetzt gerade erst in dem Bereich vor ungefähr 10 Minuten angefangen, Futtermische zu verwenden. Das hier unten war alles komplett ohne Futtermische. Einfach nur auf dem Erbsenbrei. So sieht das Set aus. Wir gehen da gleich nochmal kurz im Detail ein bisschen mehr drauf ein. Auch, wie gesagt, welche Köder und wie weit das Ganze oder auf welcher Entfernung. So, ziehen wir den mal eben raus. Und dann würde ich sagen, rein in den Clip. Wobei, hier muss ich glaube ich den Clip gleich nochmal setzen. Doch, da ist doch was dran, oder? Ja. Ziehen wir den nochmal eben raus. Und dann gucken wir mal ins Setup rein. Ganz klassisches Set. Ich bin hier auch gar nicht so ganz fein unterwegs. Man könnte sich hier wesentlich feiner dran begeben. Denn Brasse muss oder sollte vielleicht auch gar nicht so grob beangelt werden. Wir gehen mal rein. Ich bin hier mit den normalen Fiederruten unterwegs. Habe hier eine relativ dicke Schnur drauf. Das Vorfach ist gewählt auf 9,7 Kilo. Ich denke mit einem 6, oder 7,7 Kilo Vorfach ist das vielleicht noch ein bisschen besser. Vielleicht nochmal eine bessere Frequenz. Also zwischen 6 und 7 ist glaube ich deutlich angenehmer. Klar, man geht bei den 4 Kilo Brassen dann vielleicht ein bisschen mehr in den Drill. Aber dann hat man immer auch einen richtig geilen Brocken dran. Hier ist das jetzt wie gesagt die ganz entspannte Variante. Ich wollte ja auch einfach gucken, was geht noch ran. Geht vielleicht noch ein fetter Arland rein oder sowas. War aber bisher nicht der Fall. Insgesamt komplett das Setup auf 1er Haken ausgelegt. Erbsenbrei komplett dran. Perlengraubenbrei habe ich auch schon probiert. Hat auch funktioniert. Und jetzt wie gesagt seit kurzem die Futtermische draußen. Dass das eben auch hier funktioniert mit der Futtermische. Und dass dann vielleicht noch ein paar dickere Brocken kommen. Jetzt wird es so langsam dunkel. Das heißt, das ist genau die richtige Uhrzeit, dass es so langsam losgeht mit den Brassen. Und genau die hier, die wollen wir haben. Das sind die Brassen. Ab diesem Gewicht wird es interessant. Natürlich gerne 2 Kilo plus. Da wird es dann richtig schön auch kohlemäßig. Aber das sind halt allein von der Färbung her dann schon die richtigen Brassen. So soll das sein. Ähnlich natürlich auch wie an der alten Festung. So. Setup immer noch nach wie vor so wie es ist. Ich stelle nochmal eben hier den Clip ein. Ich hatte gerade nochmal die Schnur getauscht. Auch hier auf 25 Meter. Raus damit. Zack. Und man kommt da ganz gut rein. Ich denke, wenn ihr auch nur in Richtung 20 Meter kommt mit dem Clip oder mit dem Set, was ihr habt. Sagen wir mal, ihr habt einen relativ kleinen Futterkorb dran. Ihr kommt nur 20 Meter weit. Auch das wird durchaus funktionieren. Macht euch da keinen Stress. Dieser Spot hier ist da ganz entspannt. Und ich würde auch konstant die Futtermische dran lassen. Denn wenn man hier den Horizont sozusagen, sagen wir mal von hier, von dem Grün hier rüber bis hier ungefähr, alles voll ballert mit Futtermische und den Ködern, dann verteilt sich das natürlich auch Weitrohrmich. Die Brassen fressen recht viel. Dazu kommt, dass wir hier auch noch Strömung haben. Das heißt, immer ruhig hinterher füttern. Ballert das Futter einfach mit rein. Und dass da was in Richtung Überfressen kommt oder dass der Spot überfüttert wird, glaube ich eher weniger hier an der Stelle. Das sollte ganz gut funktionieren hier. Einfach drauf lassen, das Futter. So, das sieht auch schon ganz gut aus. Es wird langsam ein bisschen größer. Wie gesagt, von den kleineren, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Die können gerne auch alle mit reinrasseln. Die kleineren, weil ich eben noch Fischfetzen wieder ein bisschen benötige. Deswegen nehmen wir die gerne mit. Mal eben nach Gewicht sortieren. Genau, ab 500 Gramm. Das sieht auch schon ganz gut aus. Also ab 500 Gramm. Das heißt, auch die, vielleicht so die hier, ich muss mal gucken, wie die preislich sind. Vielleicht bis 700, dass ich die dann schon wieder alle hier in Fischfetzen umwandeln kann. Ihr seht also, nur ein ganz kleiner Teil. Unbrauchbar sozusagen. Dann haben wir hier schön viel für Köder. Und der Bereich hier, der geht dann in Silber. Schmeckt. Und weiter geht's. Ja, ich würde sagen, ich ziehe mal ein bisschen raus. Baller jetzt hier die Nacht nochmal ganz entspannt durch. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal rein, was bringt das Ganze. Ich würde sagen, wir machen mal so eine Stunde ungefähr jetzt voll mit dem, was ich jetzt hier ja schon habe. Ja, wobei wir machen noch ein bisschen mehr voll. Die Morgenstunden will ich auch noch mitnehmen. Und dann gucken wir auf jeden Fall gleich in den Kescher rein, ob sich das auch hier richtig lohnt. Tja, es ist mittlerweile 6 Uhr morgens. Ich würde sagen, so langsam ballern hier auch die letzten Brocken rein. Ich habe jetzt gerade seit 4 Uhr morgens nochmal die Haken geändert. Und zwar bin ich extra nochmal übelst aggressiv auf 1-0er-Haken hochgegangen. Also nochmal ein deutlicher Schritt nach oben. Denn mir sind dann in den Morgenstunden doch sehr viele von diesen Jungbrassen reingeballert. Wollte ich überhaupt nicht, denn normalerweise sind ja gerade morgens die richtig dicken Brocken dann auch nochmal unterwegs. Und ja, die triggern wir jetzt einfach nochmal. Dadurch, dass wir einen ganz dicken fetten Fropfen da dran haben mit Erbsenbrei auf dem richtig dicken Haken natürlich. Na, trotz allem, die kleinen Kandidaten sind auch immer wieder mit dabei. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal so langsam in Richtung Fischmarkt. Wie gesagt, die Stunde ist rum, Stunde und 5 Minuten haben wir jetzt die 1-2 hier, die nehme ich noch mit. Und dann verkaufen wir das Ganze. Ich bin echt gespannt, was das gebracht hat. Also 70 Fische in etwas mehr als einer Stunde. Das schmeckt doch. Sortieren wir mal eben nach Preis. Und da sehen wir, die Brasse lohnt sich natürlich nach wie vor. Ob es nun an der alten Festung ist oder hier am Wolchow, das schmeckt. Und wenn wir nach Gewicht sortieren, da ist es ja immer wichtig, dass man sagt, okay, hier unten die hier bis, wo haben wir die 500 Gramm? Da. Also das hier ist quasi nur unbrauchbar. Das heißt, da sind wir bei 6, 12, 15 Fischen, die quasi nicht wirklich was bringen. Also dieser eine Silber, der kommt weg. Dann haben wir diese große Menge hier. Und da muss man echt gucken, wo sagt man sich, okay, das ist es mir dann noch wert, daraus dann einen Fischfetzen zu machen oder nicht. Ich würde sagen, so ungefähr bis 1,50, so sagen wir mal hier bis 800 Gramm. Das hier wäre jetzt für mich alles Fischfetzen. Das heißt, da sind wir bei 18, 20 Fischen insgesamt, dass wir die hier quasi in Fischfetzen umwandeln. Und dann haben wir ab hier bis unten hin, das ist quasi Silbergewinn. Bedeutet also in etwas mehr als einer Stunde zusätzlich eben noch dazu, ja, eigentlich ziemlich genau 150 Silber gemacht. Wenn man jetzt den ganzen unmaßlichen Kram mit da reinrechnet, den 1 Silber noch was, sogar ein bisschen mehr. Schmeckt also in Gänze. Also ab mit euch an den Wollthof. Der gute alte Spot lüppt ganz gut. Schön auf Brassen in der Nacht und ich würde sagen, tagsüber dann vielleicht doch lieber auf Z-Fische versuchen. Es sei denn, ihr braucht Fischfetzen. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, gerne die Glocke reinballern für den Kanal. Und dann sehen wir uns direkt in dem nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Petri. Petri. bis 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 Pho. Bis 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 dato. Bis 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 T quand !